Musik Herzlich Willkommen zurück in einer neuen Runde Ace of Spades Wieder mit dabei Mr. Sneakers Hallo Hallo Und das Spiel beginnt in 2, 1 Es geht los Heute sind wir mal blutrünstige Zombies In einer Winterlandschaft Und ich tritt jetzt erstmal den Überlebenden dabei Weil Zombie geht leider noch nicht Nein, der Zombie-Virus sucht einen Wirrt Ich bin ganz verwirrt Bist du auch ganz verwirrt? Nope, noch nicht Ich bin ganz verwirrt Na los Hopp, hopp Ähm, okay Ich kenne diese Karte eigentlich gar nicht Ich hab die noch nie gespielt Also ich hab die schon gespielt Für Zombie gibt's geilere Aber die ist manchmal so funny Hihihihihi Aber ich freu mich so, wenn du zu mir kommst Echt, du wirst mich nicht finden Oder sonst was Bitte nicht ich, bitte nicht ich Ja, ha 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 Ähm, das ist jetzt Total traurig für dich Also ich Kann das nachvollziehen Mal sehen, wo ist er denn? Okay Das könnte wirklich leicht werden Alter, hast du dich eingebuddelt? Nein Wieso kommst du denn von der anderen Seite? Ich hab mich grad in die Richtung durchgewuddelt Oh, mein Pink war ja War ja nicht sehr prickelnd Neue Runde, neues Glück Alter, wo spawnst du eigentlich immer? Ach da Bitteschön So Ich passe auf Okay Jetzt bist du etwas Ganz ehrlich, Junge Kuckuck Ganz im Ernst Tschüss Ich geh in die andere Richtung Ey Ich kastrier dich dann mit meiner Schubkinte Bleib doch mal still Äh, nee Oh, drei Zwei Eins So Ich hab sofort abgedrückt Ey, wieso hängst du in der Luft? Ich auch Meine Wusch Weiß ich auch nicht Ey, das war ja total fies Zweimal ist schon ich Also ich hoffe die dritte Runde Jetzt wirst du Zombie Du hängst einfach über mir rum rum in der Luft Jo, mach ich Pass voll auf Ah, schöne Idee Das mach ich Schnell Da bist du Oh Okay, du bist leichtes Opfer Leichtiges Opfer Wollt Nein 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 Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Ich konnte nicht so hoch fliegen, wie ich wollte. Das war ja mal mega nah. Ich hoffe doch, du bist heute mal laut genug. Ich weiß nicht. Aber jetzt explodiert doch nicht in meinem Arsch. Oh nein. Bitte nicht, ich, bitte nicht, ich. Oh, endlich! Ich sehe dich. Ich sehe dich auf meinem Radar. Ja, auf dem Radar. Oh, da kommt das. Zombie, 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 ich bin Zombie, 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 Dom, 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 Dom. Ich bodel mich hier durch. Ich bin dein Bodelmaus. Bist du? Äh, du müsstest doch hier sein. Wo bist du? Hallo? Aua! Alter! Hey, hey. Ja, deshalb nehme ich auch meistens dich rot, die ist am besten. Aber ich werde dich heimsuchen! Ja, mach das. Geh fahren. Und bitte noch dein Loch zu bauen, dass du ein neues graben musst. Vergrößern derzeit noch mein Loch. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Das ging viel zu schnell. Das ging viel zu schnell. Ganz im Ernst. Viel zu schnell. Schöner Spielen, wo das? Ah, ha, 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 ha. Oh, noch eine Runde, wie nice. Ja, klar. Ah, ha, 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 ha. Ab in meine Höhle. Oh, vielleicht bin ich bitte nicht mal auf drinne. Hm, ja, klar. Oh, nee, jetzt bin ich so aufschuldig. Ich hoffe nicht, dass ich werde, alter. Oh, nee. Geh raus, ja, geh raus aus meinem Loch. Bin ich? Geh raus, geh raus. Oh, nein, schrecklich. So. Boah, du leckst grad irgendwie rum. Hm, merkwürdig. Egal. So. Ach, egal. So, 18, 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aua. Bin in dein Loch gefallen. Ja. Aber gesehen hast du mich. Oh, ich leck mich hier katt durch die Welt mit einem Ping von 160. Ja, super. Wo steht denn der? Alter, wo steht denn diese... Wo entsteht denn dieser Server? In der Wallachai? Hallo? Hallo? Du hast irgendwie mehr Punkte. So, ein, zwei. Ja, ich suche auch einen Wirt. Der mir was zu trinken anbietet. Aber ich finde keinen. Brrrrm. Wo bist du denn? Wo bist du denn? So. Jetzt werde ich dich kriegen, Alter. Einmal kill ich dich meistens und dann... Oh, geil, ich bin wieder in meiner alten Höhle gegangen. Toll. Äh, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ja, das will ich sehen. Falsch. Jetzt könntest du oder ich werden. Jetzt steht's nicht fest. Weil jeder von uns war jetzt zweimal schon dran. Ja. Äh, jetzt renn wir nicht weg. Alter. Okay, du hast mir grad... So. Schade, ich hab gedacht, ich muss runter. Weil ich Zombie werde. Ah! Ah, Schick! Ah! Ein Panzer. Hier steht ein Panzer rum. Ist mir grad so ziemlich egal. Ja, 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 ja. Gucken dir ruhig an. Also, der ist ziemlich interessant. Also, ja. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder so ein schnell gesprochene Aufsatz von dir. Nein, nein, also, so ein Panzer ist ja wunderbar. Aber so ein Panzer würde ich jetzt nicht die ganze Zeit angucken wollen. Weil hinter mir grad ein Zombie ja rennt. Hallo. Hallo. Moin, moin. Ja. Nein, 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 nein. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nein, das geht nicht. Ich bin Kopfschuss-Empfänger, Spaziergänger und Reichweite. Gruß aus der Ferne. Jetzt noch eine weitere Runde. Ich will mich jetzt mal ein Sniggy-Eis, Mr. Ice. Ey, renn doch nicht weg. Ja, also, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Ace of Spades. Grad nicht mit dabei, sondern man holt sich ein Snigge-Eis von Mr. Snickers. Diese Ironie in diesem Wortspiel ist nicht verständlich. Und heute spielen wir... Wieso lädt er immer nur die gleichen blöden Karten? Während er grad nicht da ist, werde ich eine Karte aussuchen. Und ich denke, ich hab auch... die Zeit dazu, denn... er ist ja nicht da. Na los, komm her. Mr. Snickers, Mr. Snickers, mach hinne, mach hinne. Wer ist jetzt wieder am Start für euch mit Sniggy-Eis? Willst du auch eins? Ich hol dir gern eins. Nee, nee, alles okay. Hab schon. Okay, schade. Ich hab Zwiebelringe. Ich weiß nicht noch nicht. Okay, lasst du schon. Möchte jemand Zwiebelringe von euch? Schreibt's in die Kommentare! Ich? Äh, nicht sagen. In die Kommentare schreiben. Ich? Das sind die kleinkummesten Kästchen unter dem Video. Welche Farbe willst du? Okay. Ausgewählt. Ich will grün, bitte. Möchte grün. Ah, dann werd doch pink. Schön. Ich nehme mich auf. La 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 la. Scheiße. Okay, dann nehme ich orange. Ich nehme orange. Orange, okay. Boah, du suchst ja überhaupt echt immer die... Besten Karten aus. Yay. Ich hab jetzt dann mal mit so zwei Typen gezockt und die hatten eine Map, die hieß Slenderman. Das stand dann mitten im Wald so ein Slender. Schön. Sehr, sehr unkreativ. Na komm. Ja, durchaus, durchaus. Der durchsicht mich ab. Ich hab das Gefühl, du bist direkt hinter mir. Ja, ich verfolge dich. So, ey, jetzt geht er... Nein. Hm, hm, okay, das bringt mir jetzt nicht sehr viel. Aber so ist gut. Ja, so ist perfekt. Wo bist denn du? Versteckt, versteckt. Ich auch. Ich seh dich. Gib mir einen Hinweis. Danke, Ironie. Danke, Ironie. Bitte schön. Ich erfälle grad Bäume. Ich seh keine. Du siehst keine Bäume? Doch, aber nicht wie welche fallen. Ich fälle auch grad welche. Oh, ja, ja. Seh ich. Die seh ich. Die seh ich. Ach, da bist du. Er rennt doch nicht weg. Ja. Nö. Ey, duck dich doch nicht unter den Baum. Jetzt rennst du wieder in die Stadt. Zu meinem Spawn. Wo bist denn du? Du bist, 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 du auf der, auf der Uhr bist? Ach nee, du bist da. Ah, scheiße. Tschüss. Oh, verdammt. Ja, haha, jetzt hatte ich dich. Da, 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 da. Bleib mal schön da. Ja, klar, ja, klar, ja, klar. Slendy. Ich brauche hier jetzt ein... Ach nee, dazu fehlen mir die Farben. Ich brauche Leben. Wieso kommt hier oben kein Leben hin? Lieber... Okay, hab dich hier für dir. Schön da bleiben. Bleib schön da. Lieber kleiner Flugzeugflieger, bitte wirf mir ein Lebensbeck hinunter. Aua. Oh, danke, danke. Danke, sehr nett, sehr freundlich. Danke. Tats weh? Tats weh? Na komm, hör hoch. Nicht verstecken, nicht verstecken. Ich sehe dich, ich werde dich kommen holen, denn. Ähm, ich werde dich kommen holen. Ich komme dich holen werden. Ja, okay, mit einem HP. Ich hab dich mit einem HP gekillt, wie weiß. Nicht witzig, nicht witzig. Doch, witzig. Bleib doch mal stehen hier. Okay. Also, ich bin stehen geblieben. Ich löse dich ab. Ich komme dich jetzt ablösen von deinem Berg. Okay, komm, her. Hm. Hm, hm, hm. Ich bin nicht mehr auf dem Berg. Oder? Hi, 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 hi. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, dann nehme ich mir noch ein bisschen Lebenspacks mit und so. So, und so, und so. Nein, 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 nein. Gib mir einen Hinweis, wo du bist. Hm. Ja, klar, mache ich. Okay. Wann? Jetzt. Ich bin da, wo du nicht bist. Danke, das ist sehr hilfreich. Ja, ich weiß, ich weiß. Läge ich jetzt hier eine Mine hin, oder nicht? Nee, ich lege lieber keine hin. Aber dafür, ja. Oder da, oder vielleicht auch ein bisschen da. Ach, du legst Minen. Das ist ja voll fies, ey. Ey, das finde ich nicht okay, wenn du Minen legst. Legst, ähm. Das finde ich nicht okay, nein. Ja, eigentlich machst du das doch auch immer so gerne. Nein, ich mache das nie. Ich sehe jetzt die Explosion. Nein, ich sehe keine Explosion. Gib mir noch einen Hinweis, bitte. Eine noch. Nein, ich bin immer noch da, wo du nicht bist. Okay. Toller Hinweis. Hm, kein Ding. Ach so, jetzt. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Das ist, das kann nicht sein. Schön warten bleiben. Schön warten bleiben. Perfekt German. Ja. Nein! Das war jetzt nicht so perfekt. Was hast du verbrochen? Sag's lieber schnell. Ähm, du hast ein Loch im Spawn. Alter. Ja, passiert sowas. Ja, das sehe ich genauso. So. Jetzt erst mal aufräumarbeiten. Immer schön aufräumen. Ey. Leck dich nicht durch die Welt. Also ich meine, glitch dich nicht. Ey. Hast du das gesehen? Ne, grad noch nicht. Hm. Bin grad bestätigt. Ja, ich auch. Aber ich find dich nicht. Ah, mein Ping, ey. Diese Server heute, ey. Ganz ehrlich. Du sitzt bestimmt grad voll an der Quelle. Ich glaub, ich hatte dich grad gesehen. Aber ich wüsste lieber nicht herausfinden. Siehst du mich? Dann bitte kurz mal nicht abknallen. Ja, ich sehe dich nicht. Du siehst mich, oder? Nein, ich sehe dich nicht. Du nicht kannst zuhören. Du versuchst Mina... Nein. Nein. Du versuchst Mina in meinem Spawn zu legen und zu verstecken? Hm. Leugne es nicht. Ich hab's gesehen. Mit meinen eigenen Ohren. Okay. Damit kann man ja auch voll gut sehen. Ja. Ich teste mal so ein bisschen. Ich lauf immer rum. Alter, wo bist du denn? Weißt du's? Siehst du mich? Na, wenn... Ich's wüsste, würd ich nicht fragen. Wie geil. Aber ich glaub, ich hab eine heiße Spur gefunden. Sozusagen sehr heiß. Ja. Ich bin quasi vor Freude in die Luft gegangen. Ja, vor Freude. Weil du so ne schöne Spur von mir hattest. Hm, ja. Ich find die auch super. Scheiße. Äh. Du kommst hier nicht hoch, Fräuchern. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Oh, 12 auf dich. So. So. Jetzt. Und nur jetzt. Tschüss. Ey. Alter. Ey. Cool. And I'm Spawn. Hihihihi. 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 Ich könnte auch noch nicht laufen. Aber wenn ich lache... Hihihihi. Ich hab welche im Boden versteckt. Hihihihi. Dann solltest du jetzt eigentlich eine Errungenschaft haben. Nein, nein. Hattie hab ich schon. Ey. Ich fahr mich grad an der Seite hoch. Und du? Du alter Lausebengel. Du. Was machst du? Du trittst mit den Füßen nach mir. Hallo. Hallo. Ähm. Hab ich dich nicht getroffen? Nee. Nicht ein. Ein. Skandalös sowas. Skandalös. Schöne Min. Aber meinst du, die bringen was? Nein. Ja, ja. Gut. Dann liegst du richtig. Dann liege ich. Liegst du richtig. Alter, ich komm hier grad nicht mehr hoch. Hallo. So. 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 Bleib dir mal stehen. Oh, Mino. Ich hab so nicht... Letzte Minute, letzte Minute, letzte Minute, last minute, last minute, sozusagen. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Aber weißt du, zumeist du, zumeist du, was du selber mit deinem, was für Min? Ja, ich weiß. Und, was ist deine Minus? Was für Minus? Oh. Was für Minus? Welche Min? Minus? Minus? Ach, ich ne. Alter, du hattest nicht Kontakt, Junge. Ja? Hab ich immer noch. Nein, einer, P. Ach. Ich treffe dich. Ha, ha, ha. Nochmal. An der gleichen Stelle. Ja, wieder mit einem Fühl in den letzten drei Sekunden, wie nice. Ja. Ja, wieder mit einem Fglass. Ja, wieder mit. Ja, zumal. Na, dannлин. Ach. Ich treffe dich. Ja.